Hallo ihr Lieben, es ist wieder Zeit ein Türchen zu öffnen und heute habe ich für euch etwas ganz Besonderes. Wenn jetzt in der Winterzeit läuft natürlich der Räucherofen, es räuchert und räuchert und räuchert, wie ihr bei mir auf den Social Media Kanälen seht. Und zwar habe ich heute für euch ein geräuchertes Bergkernsalz. Das geräucherte Bergkernsalz ganz einfach ab in die Pfeffermühle damit, Pfeffermühle, in die Salzmühle damit und dann bei allen Gerichten, wo ihr noch so eine kleine Rauchnote haben möchtet, rein damit. Das heißt, ob es das Frühstücksei ist, ob das ein Rührei, Spiegelei, also komplett Eiergerichte, ob das eine Suppe ist, ob es die Bratkartoffeln sind oder ob das vielleicht sogar, ja, warum nicht, mal ein Vanilleei ist, ein bisschen geräuchertes Salz oben drüber. Hey, Freunde, also heute für euch im Türchen mein geräuchertes Bergkernsalz. Viel Spaß dabei und immer schön Rizzo bleiben. Amen. Amen.